und gut ins neue jahr gekommen ging so bei mir naja eigentlich fast ganz okay bis auf die guten vorsätze eigentlich sollte man sich ja gar keine machen heißt ja auch der weg zur hölle ist mit guten vorsätzen gepflastert aber ich tappe halt jedes jahr in die gleiche falle seit fünf jahren jetzt nehme ich mir silvester das gleiche vor jedes mal schwöre ich mir direkt im neuen jahr gleich am ersten ersten nehme ich etwas ab ich denke mir schon etwas nicht gleich so viel wie möglich das klappt eh nicht das weiß ich auch nur etwas aber nicht mal das kriege ich hin ich meine neujahr gibt es halt auch immer so viel zu tun gut lange ausschlafen muss schon sein aber danach erst mal den ganzen prüll von der silvesterfete beseitigen die restlichen neujahrsgrüße beantworten die noch eingetrudelt sind und sowas alles bis ich damit rund bin ist es dann normalerweise so spät das vier schanzen tournee anfängt neujahrsspringen gar mit patenkirchen gucken ist pflicht neujahr ohne skispringen geht gar nicht allerdings bin ich dann immer so abgelenkt davon dass ich die guten vorsätze vergesse ganz normal was esse und danach ein nickerchen mache um eine mütze schlaf nachzuholen ich meine ich werde ja auch nicht jünger aber dann wache ich meistens erst spät abends wieder auf und weiß nicht mehr genau was ich machen wollte und am zweiten muss ich normalerweise wieder arbeiten weil ich der einzige von den kollegen bin der nicht zwischen weihnachten und drei könige urlaub nimmt es ist aber auch wie verhext und meine guten vorsätze denke ich meistens erst wieder am dritten oder vierten ja gut werden sie jetzt sagen die paar tage machen den haar nicht fett wenn man nur etwas abnehmen will glauben sie aber wenn man es ernst meint sind auch drei oder vier tage verzögerung zu viel ich meine ich sehe es ja gerade wieder welche konsequenzen es hat seit fünf jahren jedes mal das gleiche spiel das kind liegt tot in der ecke und das gesicht ist ganz blau nur weil ich meine guten vorsätze nicht auf die reihe kriegen dabei wollte ich nur direkt auf neujahr etwas abnehmen den knebel und die halsschlinge mehr nicht die hand und fußfesseln haben ja noch zeit aber den knebel und die halsschlinge sollte schon so schnell wie möglich abnehmen oder zumindest die halsschlinge so binden dass sie sich nicht ganz zuziehen kann wenn das kind wach wird und rumzappelt für ein arsch ich vergesse es jedes mal aufs neue und ich fange das neue jahr schon wieder damit an dass ich eine leiche verschwinden lassen muss so so Untertitelung des ZDF, 2020